Saufen, saufen, jeden Tag nur saufen, 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 jeden Tag nur saufen. Manche Menschen sind Piloten, Friseure, Wissenschaftler und Postboten, Ärztelehrer und Polizisten und Computerspezialisten. Ja, das macht man heutzutage, aber das kommt für mich nicht in Frage. Das ist mir alles zu normal, denn ich bin mega asozial. Und schon die Uhr besoffen sein, besoffen wie ein Ratsenschwein. Besoffen sein, besoffen sein, einfach nur besoffen sein. Mit 30 schickte mich mein Vater zum hiesigen Berufsberater. Das Sackgesicht vom Arbeitsamt glopfte ziemlich angespannt. Schulen so um hat er mir vorgeschlagen. Dummes Kibbatsche kann ich nicht vertragen. Ich sagte ihm, mein lieber Mann, es gibt nur eines, was ich kann. Und schon die Uhr besoffen sein, besoffen wie ein Ratsenschwein. Besoffen sein, besoffen sein, einfach nur besoffen sein. Besoffen, 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 besoffen. Besoffen, besoffen, besoffen. Und trug die Uhr, bis offen sein, bis offen wie ein Katzenstein. Bis offen sein, bis offen sein, einfach nur bis offen sein. Bleib denn erstmal richtig laufen und lass mich mit Schnaps zu laufen. Du weißt ja, das ist modern. Und trug die Uhr, bis offen sein, bis offen wie ein Katzenstein. Bis offen sein, bis offen sein, einfach nur bis offen sein.